Hallo, in diesem Video-Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Fenster, das in einer Wand z.B. falsch positioniert wurde, verschieben und neu positionieren können. Im ersten Schritt selektieren wir das betroffene Fenster mit einem linken Mausklick. Es erscheint das Selektionsmenü, in dem wir zwischen den Optionen Verschieben sowie Verschieben mit Referenzpunkt wählen können. Als erstes wählen wir das Verschieben mit Referenzpunkt aus. Dazu klicken wir entweder auf Verschieben mit Referenzpunkt oder wir wählen die Funktion über die Kurztaste R aus. Wir drücken die Kurztaste R, wählen nun den Referenzpunkt, das ist z.B. dieser Punkt. Das Fenster hängt nun am Cursor und kann bewegt werden und wir platzieren nun den Referenzpunkt z.B. an der Schnittlinie zwischen der Mauer und der grünen Hilfslinie. Danach drücken wir die ESC-Taste. Die nächste Möglichkeit ist das Freie Verschieben. Dazu selektieren wir wieder das Fenster mit einem linken Mausklick und wählen Verschieben aus. Das Fenster hängt nun am Cursor und kann frei bewegt werden. Ebenso ist das Werkzeugparameter-Fenster erschienen. Falls dieses beim Bewegen des Fensters im Wege steht, kann es mit gedrückter linker Maustaste verschoben werden. Der blaue Punkt in der Mitte des Fensters ist der Bezugspunkt. Wir möchten nun im nächsten Schritt mit Hilfe der Konstruktionshilfen das Fenster mittig zwischen zwei Punkten positionieren. In unserem Beispiel sind diese Punkte die linke sowie die mittlere grüne Hilfslinie. Wir drücken nun die rechte Maustaste, wählen Konstruktionshilfen und Mittelpunkt. Oder wir wählen die Funktion Mittelpunkt mit der Kurztaste M aus. Wir wählen die zweite Variante, die Kurztaste, drücken die ESC-Taste und drücken nun die Kurztaste M für die Funktion Mittelpunkt. Wir wählen nun die beiden Punkte aus, zwischen denen das Fenster platziert werden soll. Das ist der erste Punkt und das der zweite Punkt. Danach drücken wir die ESC-Taste und wir können erkennen, dass unser Fenster automatisch mittig zwischen den beiden Hilfslinien positioniert wurde. Eine weitere Möglichkeit ist das Verschieben im Abstand von. Dazu selektieren wir das Fenster wieder und wählen Verschieben. Der Bezugspunkt des Fensters wird nun wieder durch den blauen Kreis in der Mitte des Fensters angezeigt. Um den Bezugspunkt zu ändern, drücken wir die STRG und W-Taste gleichzeitig. In unserem Beispiel benötigen wir den Bezugspunkt auf der linken Seite des Fensters. Das ist der korrekte Bezugspunkt und diesen Bezugspunkt möchten wir nun von der linken äußeren Ecke der Wand in einem Abstand von 5 Metern nach rechts platzieren. Dazu drücken wir die rechte Maustaste, wählen Konstruktionshilfen und Punkt in Abstand von oder wir schließen dieses Fenster mit der ESC-Taste und drücken die Kurztaste A für die Funktion Punkt im Abstand von. Von diesem Punkt in diese Richtung in einem Abstand von 5 Metern. Wir bestätigen mit OK. Das Fenster wurde neu positioniert und wir drücken die ESC-Taste. Wir kontrollieren nun noch schnell die Dimensionen. Dazu wählen wir 2D und Layout, Messen und Abstand. Oder wir schließen dieses Fenster und drücken die Kurztaste D für die Funktion Abstand. Wir messen von diesem Punkt zu diesem Punkt und das Maß beträgt 5 Meter, was korrekt ist. Wir drücken die ESC-Taste und hiermit sind wir am Ende unseres Video Tutorials angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen. Für mehr Tutorials besuchen Sie unsere Website www.cutvilla.com www.cutvilla.com